wahl auch ab einen ihre kollegen sind satanisten haben sie es gerade gehört die wollen den satanistischen kreis da draußen machen es ist mir scheißegal was die würden machen also die kennt die kennt man hier sowas machen aber die sind ja alle stinken paul wir schaffen piki zu leben na schon mal streife mal schauen wenn meine hilfe braucht diese treppen immer so Was ist denn Müller ist im Haus, Baby? Oh, Helmut. Oh, oh, Helmut, Baby. Ich bin doch nicht gemangt, hab meinen Auftrag nicht vergessen. Ich hab einfach nur verkennt und danach brauch ich was zu treffen. Ich bin Ohren Baron, ich mache Umsatz auf den Straßen von Altes. Man kann die Kohle machen auch, wenn man alt ist, Sir. Halten sie sofort ihren Wagen an, ich fahne sie. Ich habe Zugriff auf die Datenbank, ich sorge hier für Klarheit. Ich bin Streifenpolitist, Helmut Müller. Bei ihnen geht der Scheiben... Na, wie geht's Ihnen denn so? Ach, mir geht's super und Ihnen. Oh, mir geht's auch gut. Vor allem, wenn ich höre, dass es Ihnen gut geht, dann geht's mir auch gut. Aha, cool. Und? Erzählen Sie mal einen Schwung aus Ihrer Jugend. Ein was, auf meine Übung? Ein Schwung... Mama, da hast du gerade einen alten Mann angefahren. Was solltet ihr das? Du hast mich angefahren. Ich bin umgekippt. Meine Hüfte, mein Lücken. Dein Auto hat sich angefahren. Ja, du hast mein Auto angefahren und dann ist mein Auto noch mich. Doch, du hast mein Vortrag angefahren. Sonst wäre ich ja schon umgekippt. Wenn du, wenn du auch... Der Herr hat's auch gesehen. Jetzt blöd dich nicht raus. Mei aber. Löd dich nicht raus. Ich hab das ganz klar gesehen. Ja. Geht's Ihnen gut, Sir? Ja, ja, ja. Ich weiß sie gut. Sehr gut. Sehr gut, dass da die Polizei ist. Der Herr ohne T-Shirt hat mich angefahren. Hä? Lüge. Ich hab's gar nicht angefahren. Der andere Herr hat es auch gesehen. Ich bin Zeug, ich hab's gesehen. Er ist hinten eingefahren. Stopp, stopp. Das Fahrzeug hat sie angefahren. Das war der Domino-Effekt. Du fährst mein Fahrzeug an. Ich steh vor meinem Fahrzeug. Na, was ist da wo passiert? Los, wir müssen los. Wat? Ich mach ja grad... Wat? Oh, was ne Frechheit. Oh, konnte der dir nicht helfen? Wat ist das für ein Typ? Ich will ne Anträge machen wegen Körperverletzung und dat. Wat? Ich rast hier gleich aus. Oh Gott, oh Gott, nee. Wo ist das Belögungszeug? Das war doch hier. Gerendert. Schnell ne Pille nehmen und weg damit damit. Ruhiger werden. Inkompetente Polizei. So. Mann. Man ist mal entschuldigt, haben sie sich. Was für ne Frechheit? Sorry. Ja, wow. Sorry. Auf die Knie! Und entschuldigen. Sorry, mein Herr. Na, es geht auch. Na, dann ist das Thema auch vom Tisch. Warum nicht gleich so? Weiß ich nicht. Hatte ich voll Bock mit Ihnen zu reden? Hatte ich voll Bock mit Ihnen zu reden? Na, das könnten Sie doch auch, aber Sie müssen mich doch nicht anfahren. Mann, das tut immer so weh. Ich hab hier ne Box für Sie. Ja, aber das ist denn da drin? Ich weiß nicht. Machen Sie mal auf. Äh, okay. Oh Gott. Möchten Sie mich einfach abnehmen? Ja, das machen wir doch gleich mal. Warten Sie. Ja. Pack ich mal meine Tablettenbox aus meiner Hand ein bisschen weg. Äh, das war... Hier, so. Oh Gott, das ist ja ganz schön schwer. Ja. Machen Sie mal auf. Sagen Sie mir was drin ist. Ich halte fest. Machen Sie mal auf. Mach hier, mach hier. Mach du mal hier auf. Machen wir die Box auf. Du musst doch so ein starker Mann. Und was ist drin? Was ist drin? Die geht nicht auf. Der Kleber, der Kleber ist so schwer. Der Schwerrekleber. Kann man gar nicht abziehen, den Kleber. Na, da probiere ich es mal. So, 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 so. Ja, so, so. Oh Gott, dann mal hier. Oh Gott, was ist denn da zu lehnen? Damit habe ich ja gar nichts gemacht. Der Schwerrekleber ist nett. Ja. Da sind ja Muffins drin. Sind die vermisst? Natürlich. Kleines Geschenk. Oh, danke schön. Gerne. Schmeckt der. Oh Gott, die sind lecker. Oh Gott, sind die lecker. Schoko-Muffin, Vanille-Muffin, Muffin-Muffin. Oh, lecker. In der Ecke war noch ein Teddy. What? Oh Gott. Den kannst du behalten. Ich mag Teddys nicht. Ich mag auch keine Teddys. Ich meine, ich hau den mal genau ins Auge. Das ist ja komplett, das ist ja komplett schwarz von dem Teddy. Ich glaube, der hat keine Seele. Ich meine, hier ist noch ein kleines Geschenk für Sie. Oh. Oh. Kaum. Vielen Dank. Ich beschenke euch die gerne, Leute. Das ist... Nehme ich doch gerade mal entgegen. Ja. Sie machen sie in 3 zu 1 auf, okay? Ja. Mach den Countdown. Moment. Drei. Ja. Moment, Moment, noch nicht, noch nicht. Okay. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Und. Oh Gott, 85 Zollos sind da drin gewesen. Oh. Vielen lieben Dank. Gerne, gerne, Ordnerdick. Servus, Herr Officer. Ja, da sind sie wieder. Was war denn das gerade eben? Oh. Herr Officer. Jetzt rennt er schon wieder weg. Ich glaube, der ist heute nicht anzusprechen. Was? Hä? Ich meine, das Thema ist ja schon vorm Tisch, ne? Ich wollte es jetzt nicht nochmal irgendwie versuchen anzuzeigen, aber diese Inkompetenz von den Polizisten. Ja, ne? Echt verrückt, die Polizisten, Leute. Echt dumm. Verste ich auch nicht. Ich meine, da wird ein alter Mann angefahren. Das wird gemeldet und da hört man nicht mal zu und fährt weiter. Dann kommt er wieder und fährt wieder weiter. Was soll das? Ist das blöde Arschloch? Servus. 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 Mein Meister. Ach ja, da ist ja noch einer gar nicht gesehen. Ich muss meine Brille bisschen blöde sein. Wo ist eigentlich meine Brille? Oh Gott. Wo ist meine Brille? Wo ist meine Brille? Wie geht es denn am heutigen Tag? Gut und in. Sehr, sehr gut. Oh Gott. Oh nein. Fuck. Was ist meine Brille? Ich muss meine Brille beachtet. ga ichemos heute.